Pfingsten, da geht es um Vertrauen. Ich kann, aber auch du kannst. Er, sie, es kann. Wir können. Ihr könnt. Sie können, sagt Jesus. Unser Glaube gründet nicht in einem, der sagt so, jetzt geht mal zur Seite, ich mach das für euch. Vielmehr, Jesus hat großes Vertrauen in unsere Begabungen und in unsere Fürsorge. In unsere Fähigkeit, die eigenen Verletzungen auszusprechen und die Erschöpfung anderer zu sehen. In unsere Größe, den Kontakt doch nicht hinzuschmeißen. In unsere Bereitschaft, das Portemonnaie für Bedürftige zu öffnen. In unser Einsehen, dass alle recht dünnhäutig geworden sind nach vielen Anstrengungen. Und dass wir über unsere Besserwisserei bald schon lachen können. Pfingsten zeigt mir sein Vertrauen in uns, Gottes Geschöpfe. Vertrauen darin, dass wir uns als Gemeinschaft fühlen, als Kirche erleben. Sein Zuspruch, ich schenke euch Mut, Kraft, kurz den Heiligen Geist. Frohe Pfingsten! Frohe Pfingsten! Vielen Dank.